Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Peter Heinrich von easydav.de. Heute geht es um das Erkennen von Präpositionalobjekten im Unterschied zu anderen Phrasen mit Präpositionen. Los geht's nach dem Intro. Ja und gleich vorab, wie immer, unsere EasyDav Campus Mitglieder kennen dieses Video schon und zwar werbefrei. Wir stellen es in unserem Campus zur Verfügung und wenn du da erstmal reinschnuppern möchtest, ist der beste Weg über unseren kostenlosen Gedächtniscrashkurs für Deutsch als Fremdsprache. Er wird hier eingeblendet, es ist kostenlos. Danach kriegst du sofort die Möglichkeit, dir einen Zugang einzurichten und kannst dich in unseren Mitgliederbereich einloggen. So, wir gehen zu unserem Thema Präpositionalobjekte. Ich unterrichte das gerade in der Schule und es ist sehr spannend, was dabei immer für Fragen aufkommen. Ja, ich gebe zu, dieses Video richtet sich jetzt eher an Menschen, die deutsche Grammatik lernen und bestimmen müssen. Das ist vielleicht, wenn du die Sprache lernst, nicht ganz so wichtig, aber auch du kannst von diesem Video profitieren. So, wir gehen mal hier auf meine Tafel. Präpositionale Objekte. Wir schauen uns diesen ersten Satz einmal an. Wir danken Anja für ihre Unterstützung. Wichtig dabei ist, dass du verstehst, dass jedes deutsche Verb sozusagen Leerstellen hat, die es besetzen muss, die wir besetzen müssen, damit ein vollständiger Satz daraus entsteht. Zum Beispiel hat jedes Verb die Leerstelle eines Subjektes. Es möchte ein Subjekt haben, damit ein Satz zustande kommt. Und so hat es auch andere vorgegebene Leerstellen, die wir in einem Satz angeben müssen, damit der Satz komplett ist. Ich erkläre das mal an diesem Verb danken. Ich markiere das mit einem gelben Oval, wie ich das immer mache. Dieses Verb danken sagt natürlich, ich möchte ein Subjekt. Das müssen wir jetzt aber nicht. Ja, ich kann das auch einzeichnen. Hier ist das Subjekt. Weiter hindert das Verb folgende Markierungen. Und zwar, oder ja, es gibt vor, ich möchte auch einen Dativ haben. Und deswegen markiere ich einfach mal dieses Verb rot. Ihr wisst jetzt schon, wenn ihr mich länger verfolgt, bei mir ist der Dativ immer rot. Und dieses mache ich kenntlich hier als Verbmarkierung, um deutlich zu machen. Dieses Verb verlangt einen Dativ, damit es ein kompletter Satz ist. Und der Dativ steht hier. Anja ist unser Dativ. So. Dieses Verb verlangt aber noch was. Und zwar verlangt es eine Präposition. Ich kann hier auch eine Markierung hinzufügen. Oder ich schreibe einfach diese Präposition dafür. Äh, dazu. Die Präposition für. Dieses Verb sagt, ich möchte ein Subjekt. Ich möchte, wenn du wissen möchtest, wem ich danke, einem Dativ. Also diese Person, der ich danke, muss im Dativ stehen. Und wenn du wissen möchtest, was der Anlass meines Dankens ist, dann brauche ich die Präposition für. Wir geben das an mit für etwas. Und woher können wir das wissen? Wenn du deutscher Muttersprachler bist, bist du so mit der Sprache aufgewachsen und du weißt einfach, danken und für gehören zusammen. Du hast das gewissermaßen im Sprachgefühl. Wenn das nicht so ist, dann empfehle ich dir ein solches Wörterbuch für Deutsch als Fremdsprache. Das ist jetzt in Kooperation zwischen Duden und dem Huber Verlag. Daraus habe ich jetzt ein paar Beispiele kopiert mit freundlicher Erlaubnis. Wenn ihr euch auch solch ein Wörterbuch anschaffen wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Partnerlink dazu. Man nennt es Wörterbuch für Deutsch als Fremdsprache. Ja, und da stehen Informationen drin, die zum Beispiel in einem Rechtschreibduden nicht so einfach drinstehen. Und genau darin schauen wir uns jetzt einmal dieses Verb danken an. Hier ist der Eintrag aus dem Wörterbuch für Deutsch als Fremdsprache. Wir sehen hier, das Verb heißt danken. Dann kommen verschiedene Formen, Konjugationen und so weiter. Das interessiert uns aber jetzt alles nicht. Jetzt sind wir beim Thema Präpositionalobjekte. Dann sehen wir aber doch hier jemandem. Das ist die Information des Dativs. Das ist das Indefinitpronomen. Jemand im Dativ heißt es jemandem. Im Dativ erkennen wir, dass er im Maskulin immer ein M hat. Oder nicht nur im Maskulin, wir können gleich mal nachschauen. Hier in meiner schönen Deklinationstabelle. Hier ist die Spalte für den Dativ. Und jemand wird eben so dekliniert, dass es im Dativ jemandem heißt. Mit dem M. Das ist hier das Dativsignal, das eindeutige. Und im Akkusativ wird es jemandem heißen. Und falls wieder irgendwelche Schlaumeier zugucken und sagen, ich würde hier die Tabelle falsch anordnen. Das liegt daran, dass deutsche Schüler, wenn sie Grammatik lernen, ja, dann haben sie hier den sogenannten ersten Fall. Und dann kommt der Genitiv dahin als zweiter Fall. Dann kommt der Dativ als dritter Fall. Und der Akkusativ steht normalerweise am Ende, wenn du in Deutschland deutsche Grammatik lernst. Aber wenn du Deutsch als Fremdsprache unterrichtest, arrangiert man das oft so, dass man eben den Akkusativ auf Position 2 hier nach dem Nominativ stellt, weil er früher gelernt wird als die anderen Fälle, als der Dativ und der Genitiv. So, also am M erkennen wir den Dativ. Und jetzt sehen wir hier noch einmal oder eine weitere Information, nämlich die Präposition für wird auch noch verlangt. Und dieses Etwas ist auch ein Indefinitpronomen für eine Sache oder für eine Idee, jedenfalls keine Person. Und das ist auch im Akkusativ dann. Die Präposition für benutzt quasi den Akkusativ. Also auch Präpositionen verlangen einen Nomen in einem bestimmten Kasus. So, hier haben wir also den Beweis, das Verb danken verlangt ein Dativobjekt und es verlangt eine Präposition plus ein Nomen, also ein Präpositionalobjekt. Und genau so haben wir es ja hier. Wir danken Anja. Und jetzt kommt hier für. Also die Präposition, die verlangt wird, steht nun hier. Und das ganze Ding ist jetzt unser Präpositionalobjekt für ihre Unterstützung. Das ist das Präpositionalobjekt. Und wir fragen danach, nach Präpositionalobjekten fragen wir immer mit wo plus Präposition. Also in dem Fall würden wir fragen, wofür danken wir Anja? Also auch die Fragen nach dem Kasus oder die Fragen nach den Objekten wird von dem abgeleitet, was das Verb verlangt. Das ist auch wichtig. Also nach dem Dativ hier fragen wir mit der Dativfrage, weil das Verb das vorgibt. Also müssen wir fragen, wem. Auch das steht in unserer Deklinationstabelle hier im Dativ. Hier haben wir ein kleines Merkwort, womit wir uns die ganzen Endungen merken können. Aber das ist jetzt zu komplex, euch das hier zu erklären. Das erkläre ich in unserem EasyDAV Campus ganz ausführlich. Aber die ersten beiden Signale, die geben uns die Buchstaben der Fragepronomen vor. Also hier oben ist es beim Nominativ zum Beispiel ein R und das S. Also ist die Frage nach dem Nominativ wer oder was. Also wer oder was. Und beim Dativ haben wir nur ein M. Da ist die Frage, wem. Das will ich aber jetzt auch nicht zu ausführlich machen. Das ist ja nicht unser Thema. Deswegen aber fragen wir nach dem Dativ mit dem Fragepronomen, wem. Und nach dem Präpositionalobjekt fragen wir eben mit, wo plus der Präposition, die unser Verb uns vorgibt. Das ist deswegen wichtig, weil ich jetzt natürlich in diesem Satz noch alle möglichen weiteren Informationen optional hinzufügen kann. Ich kann den Satz noch viel länger machen mit Informationen, die für die Grammatik dieses Verbes nicht wichtig sind. Wir haben immer noch einen vollständigen Satz ohne diese Informationen. Ich kann aber zum Beispiel nicht einfach das hier weglassen. Dann wäre der Satz unvollständig. Wir danken an. Ja, okay. Man kann auch danken ohne weitere Angabe des Präpositionalobjekts verwenden. Dann hat es aber im Grunde eine andere Bedeutung. Und der Fokus liegt nur auf der Tätigkeit, auf dem Danken. Wenn wir aber wissen wollen, was der Anlass des Dankes ist, und das gehört ja zur Bedeutung des Dankens irgendwie dazu, du willst natürlich wissen, warum bedankst du dich eigentlich, wofür, dann musst du das mit einem Präpositionalobjekt angeben. Genauso ist es mit Anja. Wir wollen eigentlich wissen, wer ist denn die Person, der wir danken. Wenn wir das weglassen, ja, dann ist der Satz in seiner Aussage stark reduziert und eingeschränkt. Jetzt kann ich aber auch hinzufügen, ich danke Anja in der, Entschuldigung, das muss man natürlich dann klein schreiben, in der Schule, das könnten wir jetzt noch hier einfügen. Wir danken Anja in der Schule für ihre Unterstützung. Die Schwierigkeiten, die jetzt manche Schüler haben, ist, wir haben doch auch hier eine Präposition. Warum ist das dann kein präpositionales Objekt? Ganz einfach, weil dieses in der Schule nicht fest mit Danken verknüpft ist. Das ist einfach, würde man sagen, eine Ortsangabe, eine freiwillige oder eine adverbiale Bestimmung des Ortes. Und diesen Ort, je nachdem, wo ich bin, kann ich mit ganz vielen Präpositionen angeben. Ich kann ja auch sagen, wir danken Anja am Strand für ihre Unterstützung. Oder wir danken Anja unter einem Regenschirm für ihre Unterstützung. Dann haben wir unter als Präposition. Also sie ist hier beliebig, sie ist abhängig von dem Ort, an dem wir die ganze Handlung ausführen. Und deswegen können wir nicht sagen, dass mit dem Verb eine feste Präposition verbunden sei. Und deswegen ist es auch kein präpositionales Objekt. Und das merken wir auch an der Frage. Wenn wir nun die Frage nach diesem Satzglied stellen, hat diese Frage nichts mit dem zu tun, was das Verb uns an Grammatik vorgibt. Sondern wir fragen hier ganz allgemein, weil das ein Ort ist, mit dem Fragewort Wo. Und das hat jetzt mit dem, was das Verb uns vorgibt, überhaupt nichts zu tun. Das ist also eine freiwillige Angabe. Wenn ich das wegnehme, ist der Satz immer noch genauso gut verständlich. In der Schule, ja, kann interessant sein, wenn man möchte. Aber es gehört nicht zur Kernbedeutung des Verbs Danken. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Jetzt schauen wir uns noch ein weiteres Verb an, nämlich Fragen. Wir haben die Zeugen nach ihren Beobachtungen gefragt. Wir identifizieren erstmal unser Prädikat, unser Verb. Die Information steckt jetzt hier hinten. Ich hoffe, ihr habt das erkannt. Ich nehme mal ein schöneres Gelb. Wir schauen uns jetzt mal dieses Verb Fragen an. Also ein Subjekt brauchen wir ohnehin. Da brauchen wir jetzt nicht mehr lang nachzuschauen. Aber wir schauen jetzt mal ins Wörterbuch, wie dieses Verb Fragen funktioniert. Also wir haben hier unser Verb Fragen. Und wir sehen jetzt schon, es hat drei verschiedene Varianten, wie man dieses Verb gebrauchen kann. Und jede Variante hat unter Umständen eine leicht unterschiedliche Grammatik. Und die Aussage ist auch immer leicht unterschiedlich. Wenn ich es dann in dieser Variante Nummer drei benutzen möchte, dass ich jemanden frage, und dann interessiert mich auch der Gegenstand des Fragens, dann muss ich diesen angeben mit der Präposition nach. Und zwar, darauf folgt dann der Dativ. Für Personen steht hier das Indefinitpronomen jemandem, wieder das M für den Dativ, oder etwas. Ich kann auch nach etwas, wenn ich nach einem Ereignis fragen möchte, oder nach einem Gegenstand. Und das F steht einfach für Fragen. Also, jemanden, nach jemandem oder etwas fragen. So funktioniert dieses Verb Fragen. Und so ergänze ich jetzt auch noch hier unsere Präposition nach. Dieses Verb sagt also, ich möchte ein Akkusativobjekt, und ich möchte den Gegenstand des Fragens mit der Präposition nach angegeben haben. Und jetzt schauen wir, wo die Satzglieder sind. Hier haben wir unser Akkusativobjekt. Danach fragen wir mit wen oder was. So wie es in unserer Deklinationstabelle steht. Wen oder was. Als Fragen dann. Und hier folgt nun, ich unterstreiche das jetzt mal nur, sonst werden es zu viele boxen. So. Das ist nun unser Präpositionalobjekt. Dieses nach steht genau hier. Und der Akkusativ steht hier. Jetzt ist dieses Verb vollständig. Also, ihr habt natürlich erkannt, dass das eine Perfektkonstruktion ist. Dieses Haben hier hat keine eigene inhaltliche Bedeutung. Es hat nur die Funktion, das Perfekt zu bilden. So. So funktioniert dieses Verb. Und wenn wir jetzt dieses Satzglied erfragen wollen, dann gilt wieder die Regel. Wo plus Präposition. Etwas schöner. Also. Wonach. So funktioniert das. Und wir schauen uns noch ein letztes an. Das ist das Verb achten. Auch hier steht das wieder im Perfekt alles. Hier ist unser Hilfsverb haben. Und da hinten steht nun geachtet. Wir schauen uns auch das mal an im Wörterbuch. Das ist wieder ein simpleres Verb. Da gibt es nur eine Gebrauchsform davon. Achten. Und zwar seht ihr, das benutzt gar kein Akkusativobjekt, sondern nur ein Präpositionalobjekt. Achten auf jemanden. Das ist der Akkusativ. Also eine Präposition mit Akkusativ. Also sieht dieses Verb so aus, sieht dieses Verb so aus, dass es einfach nur die Präposition auf verlangt. und diese steht genau hier. Und das Ganze ist unser Präpositionales Objekt. Und wir fragen danach, wo plus auf, kann man nicht so gut aussprechen, wo auf. Deswegen binden wir das mit einem R, wenn zwei Vokale aufeinander folgen. Worauf. So. Worauf haben wir dabei geachtet? Antwort auf jedes Wort. Wie gesagt, kann man diese Präpositionalobjekte nicht einfach weglassen, weil das Verb, das Prädikat im Satz uns sagt, ich möchte ein Präpositionales Objekt, sonst bin ich nicht vollständig. Und ich habe euch gesagt, bei diesen anderen Konstruktionen, wo man optional noch Informationen hinzugeben kann, das kann man auch weglassen und da kann man auch alle möglichen Präpositionen einsetzen. Deswegen sind das keine Präpositionalobjekte, sie sind freiwillige Zusatzinformationen und es ist nicht eine bestimmte Präposition an das Verb gebunden. Jetzt hat aber eine sehr kluge Schülerin mich auf folgenden Satz aufmerksam gemacht. Dieser. Der Einbrecher befindet sich in Untersuchungshaft. Und sie hat mich gefragt, aber bei befinden muss ich doch auch fragen, wo sich jemand befindet, sonst ist der Satz nicht vollständig. Denn ich habe gesagt, in Untersuchungshaft, das markiere ich mal, das ist kein Präpositionalobjekt. Sie hat mich gefragt, ist das nicht auch ein Präpositionalobjekt? Ich habe gesagt, nein. Warum nicht? Das ist jetzt sehr interessant, weil dieses Verb befinden, wie funktioniert das eigentlich? Wir markieren das mal. Was muss ich jetzt hier für Informationen zum Verb eintragen, um deutlich zu machen, was dieses Verb möchte, um ein vollständiger Satz zu sein? Auch dazu gehen wir mal in unser Wörterbuch für Deutsch als Fremdsprache. Hier ist es. Dieses Verb hat jetzt, möchte die Information irgendwo haben. Es möchte keine spezielle Präposition haben. Es möchte aber auch keinen direkten Kasus haben, also kein direktes Akkusativobjekt, also kein reines Akkusativobjekt und kein reines Dativobjekt und auch kein Genitivobjekt. Es möchte auch keine Präposition haben. Es möchte eine Ortsangabe haben. Eine Orts, keine Ortsangabe, eine Ortsinformation irgendwo. Und diesen Ort kann ich wieder mit verschiedenen Präpositionen angeben. Ich muss ihn aber auch angeben. Und hier haben wir tatsächlich einen Spezialfall. So, erst nochmal hier das Beispiel mit Befinden. Wo befindet sich der Einbrecher? Erstmal möchte dieses Verb einen Ort haben. Das ist fest mit dem Verb verknüpft. Und den Ort muss ich auch angeben. Und der ist auch hier. Aber er steckt nicht in der Präposition. Die Präposition ist nämlich abhängig vom Ort, wo sich etwas befindet. Ich kann ja sagen, der Einbrecher befindet sich auf der anderen Straßenseite. oder neben dem Haus oder auf dem Dach oder zwischen zwei anderen Menschen. Ich kann hier mit beliebigen Präpositionen einen Ort angeben und deswegen ist das kein Präpositionalobjekt. Ich kann es aber auch nicht einfach weglassen. Es ist auch keine adverbiale Bestimmung des Ortes zum Beispiel. Obwohl viele Lehrbücher das so angeben, vielleicht weil es einfacher ist für die Schüler. Ich weiß es nicht. Es ist aber einfach falsch. Denn bei adverbialen Bestimmungen gilt die Regel, ich kann sie weglassen, wenn ich möchte. Und das hier kann ich nicht weglassen. Deswegen ist es eine Ergänzung. Also Satzglieder, die ich nicht einfach weglassen darf, nennen wir Ergänzungen. Und hier haben wir eine Ergänzung. Es ist aber keine Präpositionalergänzung, obwohl wir eine Präposition haben. Und zwar, weil die Präposition sich ändern kann, abhängig vom Ort. Die Präposition ist nicht verknüpft mit dem Verb. Die Ortsinformation ist verknüpft mit dem Verb. Und dementsprechend fragen wir hier auch nicht, wo plus Präposition, weil es kein Präpositionalobjekt ist. Ihr erinnert euch, wenn wir die Frage nach einem Satzglied stellen, gibt uns die Frage das Verb eigentlich vor. Und das Verb gibt uns vor einen Ort. Also müssen wir einfach nach einem Ort fragen, ganz allgemein. Und das ist die Frage, ich mache das wieder weg, das ist die Frage, wo befindet sich der Einbrecher? Bei Präpositionalobjekten, bei Präpositionalobjekten, fragen wir wo plus Präposition. Bei diesem Ding hier, fragen wir nach dem Ort. Auch das wird vom Verb vorgegeben. Wo ist etwas? Tja, wie nennen wir das jetzt? Das ist auf jeden Fall eine Ergänzung und keine Angabe. Angaben sind freiwillig, Ergänzungen sind obligatorisch vom Verb gefordert. Wir müssen fragen, ja wo, wo ist denn der Einbrecher? Wenn ich hier einfach einen Punkt mache, der Einbrecher befindet sich, dann fragst du, ja, sprich weiter, der Satz ist nicht zu Ende. Aha, er befindet sich in Untersuchungshaft. Jetzt habe ich es verstanden. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine Ergänzung. Wir können das Ding eine Ortsergänzung nennen und wir können es auch etwas wissenschaftlicher eine Lokalergänzung nennen oder noch wissenschaftlicher eine Adverbativergänzung. Das können wir auch sagen. Da seht ihr, da steckt schon das Adverbiale ein bisschen mit drin. Aber es ist eben keine adverbiale Bestimmung, die man weglassen kann, sondern eine Adverbativ, die fest ans Verb gebunden ist, Ergänzung. Soviel für dieses Video. Ich gebe zu, das war am Ende vielleicht etwas Detailgrammatik. Ich hoffe, es war trotzdem lehrreich für euch und was ich euch noch zeigen möchte ist, es gibt natürlich Listen für Verben mit Präpositionen. Ihr müsst nicht immer den kompletten, hier so ein, jedes Verb hier nachschlagen. Vielleicht wenn ihr Deutsch als Fremdsprache lernt. Das hier sind nur ganz wenige, aber ihr seht hier, also es gibt bestimmt 150 wichtige Verben mit Präpositionen, die man kennen kann. Hier sind jetzt mal einige, sowas benutzt man in der sechsten Klasse, damit die Schüler mal ein Gespür dafür kriegen. Das sind alles Verben, die fest mit Präpositionen verknüpft sind. In unserem Campus haben wir eine sehr lange Liste mit solchen speziellen Verben, mit Präpositionen, auch mit speziellen Dativverben und anderen Verbsorten noch. Dazu haben wir auch wunderbare Karteikärtchen zum Selbstausdrucken mit Gedächtnishilfen dabei, wie man sich solche Verbindungen zwischen Verb und Präposition auch wirklich gut merken kann oder besser merken kann. Wenn du Deutsch lernst, musst du das ja irgendwie in deinen Kopf kriegen, musst du es halt auswendig lernen. Die Muttersprachler haben eben den Vorteil, dass sie in ihrem Sprachgefühl das haben sollten, aber es gibt ja immer mehr, die das eben auch nicht mehr so beherrschen und vielleicht ist es für die auch ganz nützlich. Gut, das war es für heute. Vergiss nicht, dich in unseren kostenlosen Kurs einzutragen. Ich glaube, ich habe es jetzt schon mehrmals erwähnt und natürlich freue ich mich über Abonnenten und Likes. Bis zum nächsten Mal. Das war Peter von easydav.de. Tschüss.